Was geht denn da ab? Weil sehr viele Vereine verpflichten sehr viele Spieler und jetzt hat auch die Saudi-Arabische Liga an Qualität gewonnen, aber es ist einfach nicht wettbewerbsfähig wie zum Beispiel in anderen Mannschaften oder Ligen, zum Beispiel die Barclays Premier League wollte ich schon sagen, die Premier League an sich, da gibt es ja tausend Vereine, da gibt es Arsenal, Chelsea, die alle um die Meisterschaft, um die Champions League spielen wollen, da gibt es so ein Wettbewerbsfeeling, da hast du Druck im Training auch, du hast da Konkurrenz in der Mannschaft, aber dort in den arabischen Teams, sag ich mal, gibt es maximal 6-7 gute Spieler und du musst dich auch nicht fürchten um einen Stammplatz, natürlich ein bisschen Ernsthaftigkeit wird da sein, vor allem wenn zum Beispiel Jorge Jesus auch Trainer ist und nicht irgendein arabischer Trainer, den du nicht kennst, da ist natürlich auch Ernsthaftigkeit mit dabei, aber ich sag mal, so eine Vertragsklausel sind bestimmt auch Stammplatzgarantie und was weiß ich auch und ja, ist einfach nur Vorteil, sag ich mal, da spricht eigentlich nichts dagegen, dass man dahin wechselt und es hört auch nicht auf. Mittlerweile wechseln sehr viele Spieler dorthin und nicht nur auf Spieler, die schon veraltet sind, sondern auch junge Spieler, wie zum Beispiel Ruben Neves, der von Wolverhampton gekommen ist, natürlich hat der Verein richtig, richtig gut Kohle kassiert und der Spieler kassiert auch mit seinem Alter sehr viel Kohle, was er vielleicht maximal bei Paris oder sowas bekommen würde, deswegen spricht eigentlich alles dafür. Schon in den letzten Jahren hat immer die Saudi-Arabische Liga Spieler für über ihrem Marktwert, also überbezahlt und geholt, sei es vom Gehalte, sei es von Ablöse her, aber es waren immer vereinzelte Spieler, die, sag ich mal, eigentlich gut waren, aber nicht so Stars. Seitdem Ronaldo gewechselt ist letztes Jahr, hat es plötzlich angefangen, alle Vereine haben sich eingeschaltet, wollten auf einmal wirklich Stars holen und ein Star-Team, ein Star-Ensemble aufbauen. Ich kann das auf jeden Fall vergleichen, wie zum Beispiel die NBA im Basketball, Basketball ist ja nicht nur in Amerika, sondern gibt es auch in anderen Ländern, da gibt es zum Beispiel die Euroleague, die ist ja zu vergleichen wie die Champions League im Fußball, aber sehr viele wollen einfach in die NBA, weil die NBA ist nochmal über der Euroleague, also im Fußball kann man sich das nicht vorstellen, aber wenn die Arabische Liga so weitermacht, dann ist nicht mehr der erste Wunsch, Champions League zu spielen, sondern in der Arabischen Liga zu spielen. Ja, deswegen im Vergleich das wie die NBA und sowas wie die Arabische Liga oder sowas wie diese Transferphasen, aktuell wie es dort läuft, gab es ja schon mal vor einigen Jahren in China, da hat man auch sehr viele Stars für überteuerte Ablösen geholt, hohe, hohe Gehälter geholt, aber wir wissen ja alle, wie China geändert ist, dazu komme ich auch nochmal gleich in diesem Video. Und es gibt auch weitere Gerüchte, dass auch noch weitere Stars wechseln, sondern es hört einfach nicht auf, es gibt einfach keinen Stopp. Wie schon erwähnt, in China war es ja auch vor einigen Jahren so ungefähr seit 2016 oder ab 2016 hat dann diese Furia auch in der chinesischen Liga in China angefangen. Man hat da sehr viele Spieler, vor allem brasilianische Spieler für sehr, sehr hohe Summen geholt. Ich habe hier nochmal eine Liste für euch präsentiert mit Marktwerten und den Ablösen. Zum Beispiel Oskar, das ist ja, sage ich mal, der Spieler, der immer noch dort spielt, das ist irgendwie verwundernswert, weil die meisten Spieler, die nach China gewechselt sind, die haben da ein, zwei Jahre gespielt, haben da ihre Kohle eingesackt und sind dann wieder zurück nach Europa. Aber die wenigsten Spieler haben dort immer noch lange Jahre gespielt, beziehungsweise spielen immer noch dort ein. Oskar ist immer noch dort, also ihr müsst euch mal vorstellen, 2016, 2017 ist er dorthin gewechselt, wir haben mittlerweile die Saison 2023, 2024. Er spielt immer noch dort, er bekommt einfach sehr, sehr gutes Gehalt, ihm macht es anscheinend Spaß dort, er bringt auch die Leistung. Mittlerweile ist er ins Alter gekommen, aber anscheinend will er noch dort bleiben, mal schauen, ob er überhaupt nach Europa zurückwechseln. Und wenn wir dann mal schauen, da sehen wir auch etliche Namen, die aktuell nicht mal so eine große Rolle spielen. Hulk zum Beispiel, Alex Teixeira, Jackson Martinez, Paulinho, Pacambu, die sind alle ins Alter gekommen, aber diese Liste, wenn ich mir mal anschaue, sind alles wirklich Spiele, die mittlerweile schon über 2-30 sind. In China ist es dann leider, sage ich mal, nicht gut geendet, aber das merkt man auch, wenn du so viel Geld ausgibst, und da gibt es einfach kein Ziel dahinter, du hast nicht mal eine gute Struktur, sondern einfach, dein Ziel ist es, 4-5 Spieler überteuert zu holen, damit da ein bisschen Unterhaltung ist in China, damit du ein bisschen mehr Anhänger hast, damit du mehr vielleicht Sponsorengelder noch einnimmst. Aber wohin soll das denn hinführen? Also man muss einfach ein Ziel dabei haben, wenn du einfach in irgendwas investierst, aber kein Ziel hast oder nicht weißt, in was du investierst, dann wird das auf jeden Fall kein gutes Ende geben. Und sowas auch in China, nach, ich sag mal, einigen Jahren, ich denke mal so 2020, 2021, plötzlich war fast keiner mehr da, die Clubs konnten nicht mehr wieder mit großen Geldern investieren, aber können weit und breit nicht mehr diese Summen ausgeben. Und wenn wir schon bei den Transfers sind, kann ich euch ja mal die Top-Transfers zeigen, aktuell, die stattgefunden haben, aktuell der Spieler, für den man am meisten Geld ausgegeben hat, ist Malcolm und ihr seht, die Top-3 ist alles von Ali Hilal belegt mit 60, 55 und 40. Auf Ruben Nevesch bin ich ja vorhin schon gestoßen. Der hat ein Alter, ich glaube 25, 26, noch recht jung, ist von Wauweimten gewechselt. Ihr seht, mit 40 Millionen Marktwert, 55 ist er gewechselt, hat Wauweimten einen sehr, sehr guten Gewinn gemacht und er kriegt auch so eine Kohle. Aber die meisten Spieler hier darunter, die sind schon über 30, ein Riyad Mahrez, über 30, ein Fufana, ein Benzema, ein Brozovic. Nicht nur Spieler wechseln dorthin, das ist eben das Komische. In dem Fall machen die das viel besser wie China, weil China hat nur ein paar Spiele immer verpflichtet, aber in Saudi-Arabien ist es ja so, man wechselt nicht nur Spieler, also man holt nicht nur Spieler, einzelne, sondern man holt sehr viele Spieler für ein Team und zudem noch Trainer. Wenn wir mal hier den Trainer vergleichen, mal reinschauen. Luis Castro ist gekommen, ich denke mal auf Wunsch von Ronaldo, ist selber ja Landsmann von ihm. Jorge Jesus ist gekommen, auch ein Portugieser von Fenerbahce ist gekommen. Nuno Espritos Santo, auch ein weiterer Portugieser ist gekommen, wenn ich hier mal reinschaue. Wegen sie noch Slavin Bilic, ist auch ein bekanntes Gesicht von der kroatischen Nationalmannschaft und von West Ham. Er hat ja auch übrigens auch in China trainiert, also er als Trainer hatte das auch in China mitgemacht und macht es jetzt auch hier mit, ist ein baugleicher Spieler wie zum Beispiel Taliska, wenn man den da vergleicht. Weitere Namen wie zum Beispiel Steven Gerrard ist ja auch da, die restlichen, die kenne ich jetzt nicht unbedingt. Ich denke, da werden auch noch ein paar Trainerwechsel stattfinden, aber natürlich Matthias Gaisel ist für mich als Erster aufgefallen, als Deutscher vor allem, dass er da hingeht und mit 35 Jahren, also allein vom Alter noch sehr jung, das ist ja auch ein junges Alter überhaupt für eine Trainerkarriere an sich. Manche machen es wegen dem Geld, ich denke mal Matthias Gaisel wird da maximal 2-3 Jahre bleiben und er würde wieder zurück nach Europa. So geht es gerade in der arabischen Liga fort, wohin es hinführt. Wie gesagt, die Planung ist auf jeden Fall viel besser wie in China. Ich denke mal nicht, dass es wie in China so schlimm enden wird, aber es wird auf jeden Fall ein Ende geben, weil das wird nicht 10 Jahre lang halten und ich denke mal nach einer gewissen Zeit werden auch die arabischen Klubs da Probleme haben. Und ich denke mal auch, die UEFA wird sich da nochmal einschalten, weil das macht auch den ganzen Fußball kaputt, also die überbieten da irgendwelche Spieler. Abonniert den Kanal, vergisst nicht das Video zu liken für mehr Content für den Algorithmus. Danke, dass du bis mit dem Tag geblieben bist. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao, 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 ciao Bis zum nächsten Mal.